yo was geht ab meine freunde willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar kommt dir heute abend der neue song mit seinem seinen datalow der erste song der offiziell rauskommt mit den beiden das ganze ist vom wave album poseidon soll das ganze heißen soll heute in zwei stunden rauskommen wie gesagt jetzt ist 22 uhr leute ich muss euch auf jeden fall sagen ich weiß nicht ob ich da richtige informationen oder so habe es wurde ja schon mal der der song gelegt von datalow shot das ganze wurde aber ohne den part von ufo gelegt anscheinend soll das ganze heute so rauskommen weiß ich nicht ich weiß nicht ob es poseidon heißt oder short ich weiß auch nicht ob genau der song gedroppt wird ich habe auf jeden fall ein song ich lasse mich mal kurz reinhören ist eigentlich ganz in ordnung schreibt mir in die kommentare wie ihr datalow findet und ja schauen wir einfach mal in zwei stunden wissen wir dann genaueres auf das video einfach unnötig war oder ob es doch ja richtig war ich lasse mich mal kurz reinhören also wie gesagt das war jetzt der anfang ich schaue mal ob ich noch ein part von ufo reinkrieg also schauen wir mal ob der ganze song so kommt wie gesagt geiles ding auf jeden fall wird schwierig sich die eins zu holen ich denke mal luciano droppt auch noch ein song wie gesagt shereen david luciano leon maschern und k1 wird sehr schwierig geile songs eigentlich wieder sind echt paar geile sachen rausgekommen ja wie gesagt freunde schauen wir mal was rauskommt wie gesagt schreibt in die kommentare was ihr zum neuen signing von ufo haltet und da würde ich mal sagen sehen wir uns bald wieder nächstes mal ein bisschen früher ist wieder relativ spät geworden und in diesem sinne haut rein und bleibt anständig schreibt in die kommentare was ihr habt 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 ihr Vielen Dank.